Musik Wir kennen das alle. Manchmal machen Kinder extra Sachen, um ihre Eltern zu nerven. Das heisst, sie finden es lustig, beim Essen grusig zu schmatzen, nerven ständig ihre Geschwisterti oder motzen bei jeder Kleinigkeit. Unser Tipp. In solchen Situationen brauchen Kinder einfach eine klare Rückmeldung. Das heisst, ihr als Eltern dürft Grenzen aufzeigen und dem Kind sagen, wenn ihr mit seinem Verhalten nicht einverstanden seid. Leila, ich fühle es wirklich nicht lässig, wenn du Spaghetti so reinschlüsst. Nein, Andrin, das gilt auch für dich. Bezieht mich bei dem aber immer auf das konkrete Verhalten des Kindes und kritisiert nicht Personen als Ganzes. Den und weitere Tipps findet ihr im Elternmagazin Fritz und Franzi. Das gilt auch für dich. Untertitelung des ZDF, 2020